und damit Hallo und Herzlich Willkommen zu Let's Play Titanfall im Multiplayer an meiner Seite ist der David und also wir haben jetzt hier schon mal angespielt also ähm also so mal ausprobiert ja ähm ich wäre wahrscheinlich wieder die Maus umstellen müssen weil er in der Demo Version die ich ja spiele speichert er es nicht ähm David kann äh können also können die nicht hören könntet eigentlich schon aber ähm ich hab's halt so gemacht ähm da ja weil wir ein Headset ist jetzt nicht wirklich das Beste also es tut auch leid dass ihr das Bild nicht ganz seht weil ich mir der Kamera aufnehmen weil mein Aufnahmeprogramm ist tot ähm und ja dann fangen wir hier Multiplayer an ja wie gesagt sein Headset ist also funktioniert noch man hört noch was aber die ersten die Audio ist jetzt richtig schlecht und sie hat kann man eigentlich in dem YouTube Video ist eigentlich nicht nur die anbieten was da los ist wenn wir schon mal anfangen ein paar Sekunden ja wir müssen dann halt noch erklärt wird einstellen aber es geht eigentlich schnell ich nehme einfach wieder das was ich immer nehmen nämlich das erste bin ich eigentlich gut so ich bin na ja nun mal erwarten die Agen City hier steht noch mehr ich habe schon vorhin gesagt ja von wegen also das ist ja englisch ja was kann ich dafür ich war ein Problem wenn wir einfach wieder aus der Haust na ja dann lerne Englisch wenn ich weiß was so englisch kann weil die Texte nicht lesen kann ist nicht mein Problem ist mir egal halt noch das Maul ich bin jetzt geil hier bei Titanfall kannst du ja diese Wende einer Seite lang laufen ja ähm also ich ich weiß noch nicht richtig aber wahrscheinlich kommt entweder heute oder morgen noch der zweite Part also wir spielen zwei Parts lang und so eine Session weil für die ganze Let's Play habe ich eigentlich keine Zeit jetzt packt meine Kamera also das ist nicht das Spiel das läuft einmal frei äh das ist meine Kamera die macht das immer mal also das Spiel läuft weiter aber Kamera bleibt stehen so jetzt ist schon wieder auf das war's ja das war's ja Vigi der hat mich getreten und ich war tot wie tritt man mit F ok was mit F ja mit F ok die sind tot oder nein der ist nicht tot na gut also hier kommt dann irgendwo so ein Symbol da kannst du so ein Titan rufen das will nur machen weil das ist einfach besser also die Titan sie sind die sind schon geil haben wir nichts anderes sagen also ich laufe jetzt meistens im Kreis weil ich gucke halt kommen Gegner wenn nicht dann dann es mir es mir egal stört doch mal ne das hier eigentlich nicht ich hab gedacht das kommt hier irgendwo wo jetzt packt meine Kamera schon wieder müsste hier irgendwo kommen wo kommt das ich weiß es nicht und tot er hat mich jetzt umgebracht also er hat mich abgeknallt das war nicht treten oh mann alter fickt euch doch mal ach ja hier steht es so unten ah wenn man getötet wird da kommt dann irgendwo so ein Symbol ja das müsste hier jetzt gleich kommen irgendwo glaub ich zumindest da müsste dann dieser Titan kommen da müsste dann mal auftauchen ja jetzt jetzt kann ich ihn rufen ist eigentlich für eine gewisse Zeit da ja weißt du nicht ne ich weiß es auch nicht deswegen trage ich noch also ihr könnt das mir gerne mal schreiben ob dieser Titan ob du den die ganze Zeit hast oder ob der Noah eine gewisse Zeit da ist ja ich müsste mich jetzt mal auf die Socken machen hier mal ein paar Gegner umbringen ja von COD machen ehemaligen ja also dasselbe ich habe jetzt gesagt von ehemaligen COD machen Teilen voll das war's durch Club ja geil ja jetzt zwei Väter in der Tür wer kommt zuerst durch ne aaa also da das ist jetzt nicht die Kamera das ist jetzt wirklich so irgendwie das ist ein Grafik-Bug das weiß nicht die Kamera ist ein Grafik-Bug das sterb ich finde einfach mal geil wie lange wie lange die Leute brauchen auf die du schießt bis die sterben das ist ein Grafik-Bug das ist nicht meine Kamera ehrlich also das Spiel ist gut war es bis jetzt der einzige Backlink gebunden habe es jetzt stoppt weder wenn jetzt scheiße ne erst klar ja ne ja wenn du aufnehmen würdest mach du aber nicht das kann ich dafür wenn du dir kein Programm runterlädst das ist nicht mein Problem Alter ist denn jetzt mit der Grafik los? das ist wirklich nicht meine Kamera ne? das ist ja diese Damage-Core das sind wir nicht oooohh oooohh das war das Sinn scheiße mein Titanus-Fusch das war kacke hey den hab's getroffen geil äh die Paterfaust sieht der Krall aus wo bist du wo bist du du blöder Titan da ist er weg naja ist er tot ist er tot ist er tot da steh ich noch mal drauf will ich vermuten ne 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 der ist tot naja ich hab noch mal drauf geschoben also die Graf also die Grafik nicht vom Dings aber hier vom von meiner Kamera ne ich will ja wir beenden da doch gleich würde ich auch sagen also wenn das Pausenmenü nicht erscheint ne äh das ist äh normal irgendwie bei uns ist bei der Demo noch nie das Pausenmenü erschienen wenn man auf Pausen gemacht hat irgendwie da kam das Pausenmenü nicht und da hat halt eben diese als Backfeder das ist doch scheiße ja ich werde da auch gleich ne ja hab ich dir schon gesagt ja morgen kommt wahrscheinlich der zweite Part oder heute ja das weiß ich noch nicht wenn du morgen wieder kannst du bei mich abend tot ich frage mich warum das Spiel ja die Turi ist doch klar wenn du zwei Konkretchen Schellen vor allem ab ich habe gewonnen das bin jetzt cool hey was mache ich her kann ich greifen naja also ich würde jetzt Prozent gleich mal auf Pause machen aber noch nicht jetzt ein bisschen saft schlürfen ja ne klar ja genau als ob du mich tötet würdest wo bist du eigentlich ich habe ihn noch gar nicht gesehen doch im Schiff na gut ja Alter ist grüßt um Schaden Alter 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 verpiss dich verpiss dich verpiss dich nein ich finde aber geil wie das überlebt wäre so runter kracht das ist geil ja naja ich werde jetzt auch beenden wahrscheinlich wird es so ja jetzt ist das Pausenmenü da ist doch schön ja ähm ja dann würde ich sagen für den ersten Part ging es schon ganz gut ähm ja dann der nächste Part wahrscheinlich morgen ja David stimmt mir zu sehr gut oder irgendwas machen was weiß ich ja ähm ähm also wie schon gesagt zwei Parts mehr nicht und ja äh wenn ich die Zeit dazu habe mache ich auch den Let's Play den kompletten und dann würde ich sagen bis morgen bis morgen bis zum nächsten Part und dann auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Bistt